moin meine kebabs ich habe gesehen julian bam hat auf mich reagiert und ja jetzt auf jeden fall das video heißt wer cringet ist raus und ja da bin ich gleich am anfang und da reagieren die auf mich und darauf will ich jetzt heute mal reagieren ich bin gast hi du bist gast community community gast wir haben so meine kebabs jetzt geht's los dürfte nicht gringen egal was passiert ok 3 2 1 moin meine kebabs heute ist endlich dönerstag jawohl darauf habe ich mich schon die ganze woche gefreut und kennst du diesen verehrten döner man den habe ich schon mal gesehen ja er hat kanal da ist denn nur dünner aber ist ja cool ist nicht grün schnell der dünner sieht gut aus sag ich doch mein döner der sieht gut aus weil er war und er schmeckt auch saftig so wie er aussieht so jetzt machen wir weiter walla saftig ja ich hab grad walla saftig gesagt sag ich doch es ist wirklich ein traum und dazu gibt es auf jeden fall ein leaky gazos hat jeder schon mal probiert julian und ich weiß nicht wie der andere heißt walla saftig aber ich hab weil man kriegt schon hunger ja ich hab jetzt wirklich bock auf den döner ich hab bock auf den döner walla geil sag ich euch wir sind influence wir sind nicht angekündigt wir sind influence ja und ja eine frage an euch was gibt es bei euch so heute sonst ist euer döner boss enttäuscht heute ist donnerstag heute ist donnerstag der boss hat durch das video zu uns gesproken so ein julian hat euer döner überhaupt geschmeckt wenn ja kommentiert mal und jetzt würde ich sagen ciao bis zum nächsten mal meine kebabs